Also ein Pharao kann halt keiner. Hey! Okay, dann greifen wir einfach an. So, los gehts. Ich muss mir jemand einholen. Und jetzt brauche ich mal sofort meinen Traktor an Ramm, die ich heute angreifen muss. Weil ich hab nicht unbedingt viel Zeit, weil... Ich meine, es sind schon viele Axtkämpfer, aber das bringt es auch nicht. So, jetzt muss ich schnell wieder ziehen. Jo. Dürfte ich vielleicht mit einem Rest von Hül abdrehen? Ja oder nein? Ja oder nein? Wir sagen mal ja. Und wir verlieren hier mal diese Festung. Und hier ist Pharao, der richtig schön läuft. Stirb Pharao. So. Oh, nee, das Kleopatrao. So. Ich hatte doch nie das Vergnügen von Kleopatrao, um zu killen. So, jetzt zerstören wir mal ihr Monument. Arme Monument. Arme Monument. So, das ist sehr cool gerade. So. Okay, wir haben so... Ungefähr, ich glaube so 30 Mann verloren. Und 30 Mann verloren. So. 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 das ist ja hier noch starkes hier noch ein das ist so leute oder so ach hier ist ja noch was hier ist ja noch was im Besley greife erstmal hier an soo la 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 ok ich glaube danach mache ich auch ganz so einen kleiner Aufnahmestopp wenn ich hier alles gekillt hatte was ist denn hier los? sind die auch orange oder was? sind die auch orange ok das ist dann das ist dann hier die vierte Armee die vierte Acht gefahren ok dann würde ich sagen ja dann würde ich sagen bis zu Part 2 also dann bitte kommentieren abonnieren Daumen hoch auch wenn es euch gefällt ähm einfach so was normal ist ne ok dann würde ich sagen bis zum nächsten Part tschüchu Bis zum nächsten Mal.